Auch wenn die Polizei einzelnen Hinweisen nachgeht, das Motiv für den Mord liegt weiter im Dunkeln. Von einem möglichen Täter fehlt ebenfalls jede Spur. Die bisherigen Ermittlungen am Tatort brachten keine Ergebnisse. Jetzt ist die eigens gegründete Sonderkommission Blume für die Ermittlungen zuständig. Im Moment sind annähernd 100 Polizeibeamte damit beauftragt, das Gelände nahe des Tatorts zu durchsuchen. Wir versprechen uns von dieser Durchsuchung weitere Spuren, vielleicht auch weggeworfene Kleidung, Maskierungsmittel, vielleicht auch die Tatwaffe zu finden, die ja noch fehlt. Inzwischen ist jedoch klar, dass der Tote kurdische Wurzeln hat und in der Türkei eine Frau und einen erwachsenen Sohn hinterlässt. Während die Polizei kaum Informationen zur Tat hat, kocht in Laichingen die Gerüchteküche. Ja, da unten mit dem Blumengeschäft, da ist ja schon mal vor Jahren schon mal was Schlimmes passiert. Was war das? Ja, der Besitzer, der damalige Besitzer ist auch umbracht worden. Der war im Urlaub in der Türkei und ist dann nicht mehr zurückgekommen. Auch eine Verbindung zum sogenannten Döner-Mörder scheint wahrscheinlich. Dieser hat in den Jahren 2000 bis 2006 acht Türken und einen Griechen ohne erkennbaren Grund ermordet. Alle Opfer waren Geschäftsmänner, genau wie der Blumenhändler aus Laichingen. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Die Unterlagen über den Fall füllen Dutzende Aktenordner. Obwohl die Ulmer Polizei sofort Kontakt zu den Kollegen in Nürnberg aufgenommen hat, will sie keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen herstellen. In so einem Fall wird immer bundesweit Kontakt aufgenommen mit allen Polizeidienststellen, die ähnliche Fälle hatten, weil man von vornherein mögliche Zusammenhänge frühzeitig erkennen muss. Das heißt nicht, dass es diese Zusammenhänge gibt, sondern das ist auch eine Möglichkeit, Zusammenhänge auszuschließen. Momentan gibt es keinen konkreten Hinweis auf solche Zusammenhänge mit diesem Döner-Mörder, wie sie ihn nennen. Die Soko Blume ermittelt also weiterhin in alle Richtungen. In der Zwischenzeit trauen die Angehörigen weiter um den Verstorbenen. Die Soko Blume Die Soko Blume Die Soko Blume